Musik Was geht Leute, mein Name ist Dini Justin Willkommen zurück bei Magnetsimulator Roblox Und wir sind zurück bei einer neuen Folge Und ja, wir können hier Geld sammeln mit Magneten Dann können wir den Magneten verbessern und immer crazier werden und crazier werden Ich weiß gar nicht, ist da keine Musik im Spiel? Oder kommt die noch? Muss wahrscheinlich noch laden, ne? Naja, beim letzten haben wir es auf jeden Fall bis hier geschafft Wie viel brauchen wir? 70 Millionen? Ja, okay, man muss aber dazu sagen, da kann man jetzt für mehr Geld verkaufen Warte, wir können jetzt aber nach da schießen, genau Wir waren hier in dieser Welt, wir brauchen 70 Millionen, um weiterzukommen Das ist natürlich viel Sieht auch sehr viel, also ist auch viel, ne? Aber wir können das Geld hier verkaufen Und wir bekommen nur noch doppeltes Geld, was habe ich auch geholt Aber wir haben schon 7 Millionen Hm, vielleicht wird das doch nicht so schwer zu bekommen, okay Äh, ich muss ein bisschen wieder rein, für Leute Weil es ist schon wieder ein bisschen Oh mein Gott, schon wieder voll 10 Millionen, okay, krass Also was müssen wir verbessern? Wir müssen, wir gehen erst an den Anfang, würde ich sagen Äh, ja, übrigens, wenn du mehr Roblox sehen willst Und mehr vom Magnetsimulator Dann, äh, lass doch oben da Das ist der schnellste Weg, dass es mehr hochkommt Oder Bonio Kostos, damit du in Zukunft keine Videos verpasst Und ja, ich glaube, die Musik ist ja wieder weg Keine Ahnung, wo die hin ist Die haben irgendwas mit der Musik gemacht Ich weiß auch nicht genau, was es war Aber irgendwas mit der Musik haben die gemacht Dass sie quasi, ähm, oh, das können wir auch Unsere Geschwindigkeit, sehr schön Die wollen wir erhöhen, die Geschwindigkeit, die werde ich auch erhöhen So, dass wir so richtig schnell sein können Äh, aber irgendwas mit der Irgendwas damit haben sie gemacht, auf jeden Fall Äh, das nächste kostet Warte mal 100 Millionen Wir haben das hier Wir brauchen 30 Millionen für das nächste Okay, jetzt haben wir mehr Platz im Inventar Ähm, kann man hier noch was holen? Upgrade A Magnet Shop Genau, Upgrade Speed Cell Coins Ne, Cell Coins brauchen wir nicht Zwei, so viel Geld haben wir Infinite Backpack Das ist schon cool, tatsächlich Ich glaube, wir machen es, oder? Why not? Let's go, Leute, why not? Why not? Okay Dann können wir hier Ah, zwei, so viele Münze für wie viele Minuten Machen wir mal Und, ist das jetzt? Müsste eigentlich, oder? Ich glaube, ja Ich glaube, wir sollten jetzt vor fünf Minuten mehr Münze bekommen Gehe ich davon aus Auch wenn ich mir jetzt nicht genau sicher bin, ehrlich gesagt Aber müsste normalerweise so sein Oh, ja, stimmt Ich kann jetzt unendlich Platz haben Oh mein Gott, Leute Oh mein Gott Wir können jetzt unendlich Platz haben Ach, da oben steht, ganz oben hier Da sieht man die Zeit Und wir haben hier auch Tierchen, wie ihr wisst Hallo? Wo seid ihr? Ah, ihr habt das Habt ihr, okay Hä? Warte die ganze Zeit Aber ich hab euch vermisst Ich hab euch so ein bisschen vermisst Wir können Zieh uns mal rein Oh mein Gott Wie viel Geld haben wir? Zwölf Millionen Oh mein Gott Oh, das ist so cool Warte, wir können jetzt hier ganz viele Tierchen holen Äh, aber wir werden jetzt nicht Also ich werde nicht acht Euro Roblox dafür ausgeben Das werde ich nicht tun, Leute Ähm, so, ja Hallo? Geht doch Okay, lass uns sehen, was wir bekommen werden Crazy Okay Das könnte eine meiner Lieblingswährung Oder Seltenheitsstufen sein Ich meine, wenn du etwas siehst, was crazy ist Dann weißt du Du Hast du einfach das Hallo? Äh Ah, hab ich kein Geld oder was? Wie teuer ist das? Zehn Millionen Ein Ei kostet zehn Millionen Okay, mach erst mal ganz kurz den Chat zu Was zum Teufel? Oh mein Gott Das war ziemlich gut Es gibt mir, wie viel dazu? Ähm 331 Coins gibt es mir dazu Crazy Und hier kann man Tierchen, äh, Wolf Wenn man vier Stück von den Selen hat, glaube ich So funktioniert das, glaube ich Ja, die haben irgendwie alle Musik entfernt aus Roblox oder so Irgendwie wollen die für 100, äh, wie viel Wie viel, wie viel Für 100 Millionen oder sowas angezeigt Was natürlich für Roblox sind Witzes 100 Millionen Äh, aber Trotzdem wurden die halt angezeigt Äh, für die Musik Weil Jeder konnte halt irgendwie seine eigene Musik hier selbst einführen Oder sowas Ich weiß jetzt auch nicht, wie es genau war Aber Irgendwie in der In so einer Art war es auf jeden Fall Und, äh, ja Dann lass mal sehen Hallo Kannst du bitte Danke Danke, Schmankilanky Ja, wir müssen die Geschwindigkeit erhöhen Des Magneten Ich weiß gar nicht, ob man so einen Extrem crazy Magneten holen kann So einen richtig starken Magneten Würde ich wahrscheinlich aber auch nicht immer tun, Leute Weil sonst hätten wir gar kein Ziel Was ich meine So, gut Wir haben jetzt das Ziel mit dem Rucksack weggeschafft Wir können jetzt aber so auf Geschwindigkeit gehen Oh, wir haben bald, um weiterzukommen Soll ich denn weitergehen? Ich glaube, ja, ne Aber ich glaube, zuallererst Habe ich Lust, meine Geschwindigkeit zu verbessern Äh, damit wir einfach schneller sind Ist ja eine coole Sache Upgraden wir uns so oft es geht Boah, es wird echt teuer, ne Also, wie viele Welten gibt es hier nochmal? Hier, wir haben erst vier Und da gibt es echt viele Da wollen wir ja alle hinkommen Das ist quasi das Ding Okay, oder Klar, da gibt mal das hier Das ist besser, glaube ich Ah Je besser die Tierchen natürlich sind Desto schneller können die es auch stören Das ist aber diese Zeit lang Wir müssen aber jetzt nicht unbedingt genau neben den Tierchen sein Warte, wir können uns so ein Tier holen Das mal das mal machen, Leute Weil die Tiere hier sind schon wichtig Yup Und Was würde es sein? Uh, schon wieder crazy, Leute Nice, okay Das feiere ich gerade Equip best Okay, sehr schön Gold für Ne, doch Wir können nur zwei Equip best Okay, jetzt geht's Hab mich schon gewundert Wir können nur drei Equipte haben, leider momentan Aber das reicht auch, würde ich sagen Äh, haben die das jetzt Warte, 39 Millionen haben wir jetzt Ja, diese Thun hier Attackieren sie die ja Die gehen schneller Aber auch nicht so schnell Also Hier die Sachen zu zerstören Dauert auf jeden Fall eine Zeit lang View achievements Okay Ah, hier Claim rewards Sehr schön, sehr schön Uh Okay Zweimal so viele Coins Clay Achso, das hab ich schon bekommen Okay Verstehe Na gut So, lass mal sehen Wie viel wir hier bekommen Lass mal alles verkaufen Haben wir 70 Millionen? Fast Wir haben gleich 70 Millionen So, wir brauchen wieder Um zunächst entgegenzukommen Also ja, ich muss sagen Es dauert schon länger mittlerweile Um weiterzukommen, Leute Aber Wir können uns einen neuen Magneten holen Und ich glaube, das Würde ich auch gerne tun Ja, auf jeden Fall Also einen neuen Magneten Würde ich es ja gerne holen Ist natürlich schon sehr luxuriös Und einen Platz im Rucksack zu haben Ich würde sagen Wir gehen doch erstmal weiter Und dann können wir hier erstmal Mehr Geld bekommen Ja Der Volcanic Fields Okay Da gibt es halt Okay, attackiert das mal hier Auch wenn es länger dauern wird Wahrscheinlich Hier kann man es nicht nur Für noch mehr Geld verkaufen Sondern Kann sich hier für 50 Millionen Oder wie viel? 100 Millionen Okay, was gibt es denn da drin? Lass mal sehen Oh, Feuertierchen Krass Okay Oh, was? Da geht es dann irgendwann Weiter zu Welt 2 Oh Achso, ja Wir sind hier erst Bei der ersten Welt Muss man dazu sagen Erst bei der allerersten Welt Okay, warte mal Ich verkaufe die mal Wie lange braucht ihr noch? Eine lange Zeit Wir haben jetzt genug Für das Ei Ich glaube, ich werde erstmal Bevor ich meinen Magneten hole Erstmal ein Ei holen Ist halt cool Dass man währenddessen Noch weiterlaufen kann Legendary What? Lass mal sehen Wo bist du? Demon Wen habe ich bekommen? Wen habe ich bekommen? Äh, Equipest Demon habe ich bekommen Phoenix Also Ja, okay Also legendär war es Jetzt nicht meines Erachtens nach Aber ist okay Akzeptiere ich natürlich Was anderes Bleibt uns ja auch nicht übrig Oder Leute? Ist halt einfach so Ne, klar, Spaß Es gibt Leute, die lachen wirklich so Das machen wir Leute Ja Wir können erstmal Den Magnet verbessern Und den vielleicht sogar upgraden Wenn wir Lust haben Äh 30 Millionen Wir können den überspringen Auch wenn der ziemlich geil aussieht Aber der ist halt nicht so gut wie der, oder? Ne Der ist ein bisschen besser Aber nur ein bisschen Also Das ist quasi das Ding 100 Haben wir Haben wir Hä? Äh Habe ich es jetzt geholt? Ja, ne Ja, okay Habe ich Sehr schön Sehr schön Und dann können wir vielleicht upgraden Das mal sehen Äh Vielleicht die Speed 15 Millionen Okay Also Speed würde ich schon sehr gerne upgraden Weil Speed zu nehmen Ist sehr Speedy mäßig Okay Jetzt haben wir noch eine Höhe Reichweite jetzt mal rein Jetzt können wir noch mehr Eben noch mehr Geld einsammeln Oh mein Gott Voller mit einem unendlich losen Rucksack Sparen wir natürlich noch mehr Zeit, ne Schon ziemlich episch Wir brauchen 7,5 Billionen Oh mein Gott Billionen Okay Das ist schon eine Menge Auf jeden Fall Muss ich sagen Da bin ich gerade ein bisschen Buff Dass wir so viel brauchen Ich würde sagen Wir holen uns lieber noch mehr Eier 100%ig sogar Ja, bitte Komm Gib mir was besseres Na Ein Dämon schon wieder Ist okay Ist okay Besser als unsere momentan Tierchen Aber Ist auch nicht so krass, ne Der gibt einem Auf jeden Fall viel mehr 2100 100 Coins Mehr dazu So Ihr könnt das hier angreifen Hallo Ich hab euch was befohlen Dann gehorcht Oh ihr Nichtnütze Yes Leute Schön gemein sein Das gefällt mir Genau Schön arbeiten Meine Sklaven Schön Was tut ihr Was tut ihr da Niemand hat euch Ach so Ihr seid gar nicht meine Niemand hat euch Urlaub erlaubt Okay Urlaub ist verboten Ihr arbeitet schön für mich Ah Deswegen hab ich keine Mitarbeiter Ich verstehe Also ja 7,5 Billionen Wird schon eine Menge sein Ähm Ich würde sagen Wir gehen das mal zurück Und werden Zum einen Geschwindigkeit erhöhen Und vielleicht noch Noch Ähm Ja warte mal Ich geh jetzt mal kurz nach oben Ähm Noch Geschwindigkeit verbessern Und den Magneten verbessern natürlich Warte mal Haben wir nicht genug für den neuen? Lass mal kurz sehen Boah Gibt's hier viele Oh mein Gott Was zum Teufel Okay 800 Millionen So viel haben wir Noch nicht oder? Naja Bald haben wir so viel oder? Warte mal Wir könnten bald so viel haben Aber wir werden es ja upgraden Hier die Geschwindigkeit Oh das geht nicht Okay Hallo Wieso geht das nicht? Äh Keine Ahnung Ach wahrscheinlich weil Er ist Level 1 ist Ah So funktioniert das also Geschwindigkeit natürlich Dann sind wir noch schneller Sehr schön Okay Das coole ist Wir müssen halt Ähm Naja Wir müssen halt nicht den Rucksack vergrößern Ich weiß wir haben keine Ahnung Aber wir haben einen Rucksack Der ist jetzt unendlich groß Vielleicht haben wir deswegen keinen Ich find's immer cooler Wenn man nicht den Rucksack einfach so upgradet Sondern wenn man wirklich den Rucksack auch kaufen kann Wo die halt verschiedene Looks und sowas haben Finde ich halt sehr cool So jetzt stört das hier Äh 88 Millionen haben wir Was wirklich wenig ist tatsächlich Also Ich will auf jeden Fall Dieses Mal noch zu Welt 2 kommen In dieser Folge Das wäre eigentlich mein Ziel Ob wir es schaffen Weiß ich nicht genau Das werden wir sehen Lass uns gucken was wir noch holen können Für Robux Äh Weil ich hab vorher dazu einige Folgen zu machen Bis ich merke es wird zu sehr Pay to win Dann hör ich auf Das mach ich leider Das weiß ich halt einfach So was soll ich sagen Leute Äh Extended Range Ja Mehr Reichweite Brauchen wir nicht unbedingt Äh Pet Auto Attack Das klingt ganz cool Ich weiß nicht was es ist Das Ding ist Ich hab immer ein bisschen Angst Dass die irgendwann Pay to win werden Okay Das ist quasi das Ding Deswegen Uh pass auf Hier gibt es jetzt Würde es eine Menge Geld geben So Bam 500 Millionen Ist okay Ich glaube ich werde mir mehr Tierchen hier holen Ja mit Sicherheit Lassen wir hier mehr Tierchen holen Jetzt natürlich drei zu holen Wäre ziemlich episch Wow Okay Legendary Wie selten bist du Wow 15% nur Das ist schon ziemlich episch Uh Du bist echt besser Wow Oh warte Ich hab dich auswählen anequipped Das wollte ich nicht Ich schwör Ich schwör Ich schwör auf alles Okay Der gibt 3100 Coins Die gibt es 2100 Also der ist immer besser als die anderen So Dann macht das mal Was ist hier What 30.000 Secret Egg Also ich hab's fast nicht gesehen Secret Okay Äh Alles klar Ich glaube tatsächlich Es können hier die Tierchen sein Wo ist er denn Äh Auf jeden Fall ist er nicht so gut gewesen Ne Keine Ahnung Er war schon sehr versteckt Zieh das mal rein Weil ich hab ihn fast wirklich nicht gesehen Dann muss man sich wirklich hier besser umschauen Man weiß ja nie Ne So Let's go Jetzt lass mal wieder verkaufen Gucken wie viel Geld wir bekommen werden Uh 800 Millionen Ich würde sagen wir holen dann erstmal die neue Magneten oder Weiß meine Statt den Magneten zu upgraden Lohnt es sich auf jeden Fall mehr den nächsten Magneten zu holen würde ich sagen So wo haben wir ihn denn So wo haben wir ihn denn 800 Millionen Billionen 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 Der hier Der hat Einfach nur mehr Power und mehr Reichweite Aber Nicht mehr Speed Also Das ist halt schade Aber hey Mehr Power und mehr Reichweite nehmen wir gerne Wir müssen da lang Was tun wir hier Das war eine alte Gegend Da wollen wir nicht immer hin Ich weiß auch gar nicht ob er irgendwie mehr Geld gibt oder sowas Aber da bin ich mir nicht ganz sicher ehrlich gesagt Okay let's go Alles schon einsammeln hier Wir sind sehr gut dabei Ich glaube wir bekommen schon zweimal so viel Geld Okay schneller geht es halt wirklich nicht Ich überlege ob ich einfach Noch ein Tierchen vielleicht holen sollte Ich sag wir haben jetzt schon drei Tage geholt ne Eigentlich müssten wir das gar nicht Ich glaub man könnte im Shop aber noch Dass man mehr Tierchen equipped haben kann Wow 7 Millionen Oh mein Gott Dark Lord Oh mein Gott 2000 Robux Laber doch kein Scheiß Also ne das mach ich aber nicht Leute Das mach ich nicht Zumindest noch nicht Vielleicht mach ich das ja irgendwann Irgendwann kann ich mir vorstellen Dass ich tatsächlich solche Sachen kaufen werde Ja das würde ich mir wirklich vorstellen können Dass ich sowas tatsächlich holen werde Aber momentan ist mir das noch nicht wert Muss ich sagen Man muss ja auch Ich finde immer Geld auszugeben macht wirklich Spaß Aber man muss ein gutes Gefühl dabei haben Okay man darf nicht zögern Und wenn ich 2000 Robux sehe Zögere ich noch ein bisschen Okay Also Und deswegen Wenn ich sowas hole will ich nicht zögern Das mache ich aber auch im Echtleben so Wenn ich sowas kaufe Dann kaufe ich es immer Wenn ich es will Außer ich zögere Dann warte ich erstmal Bis der Moment kommt Wo ich nicht mehr zögere Das ist der richtige Moment Um es zu kaufen Und deswegen zögern Wenn wir zögern Ne wissen wir Bescheid Dann war es das Okay Wir haben erst Wir haben erst eine Billion Ich glaube das nächste kostet Drei Billion Tatsächlich Das ist der nächste Magnet Wahrscheinlich wenn wir zuerst Den nächsten Magneten holen Bevor wir Ne So Bam Wir haben eine Billion Let's go Sehr schön Lass mal noch eins holen Leute Let's go Schon wieder ein Dämon Warte Wenn wir ihn öfter bekommen Können wir ihn vielleicht sogar Hol nochmal Können wir ihn sogar Fusionieren Das ist natürlich Insane Ach du Kack Ist der besser als meine Momentan Warte kurz mal Equip es Oh mein Gott Der ist tatsächlich Sogar viel besser Damn Okay jetzt geht natürlich Die Party ab Ne Und ich glaube Jetzt machen die Truhe noch schneller auf Hoffe ich zumindest mal Also ja Ohne Rucksack Muss wir halt immer wieder Verkaufen gehen So können wir wirklich Unendlich Platz hier haben 1,3 Billionen Oh mein Gott Also ich weiß nicht Ob wir das tatsächlich Schaffen werden Bis zum Ende der Folge Ich überlege Ob ich vielleicht Mein Speed verbessere Aber die Frage ist Bringt das überhaupt Wow Wie hab ich es gemacht Krass Keine Ahnung Wie ich das gemacht habe Das war aber cool Ich überlege Ob ich nochmal Mein Speed verbessern soll Ich glaube ich mach es Aber mal Leute Einfach weil ich es Befriedigend finde Und wir können Den Magnet Auch nochmal upgraden Boom 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 Mehr geht leider noch nicht Schade Sehr schade Okay dann würde ich sagen Machen wir mal so Ob das geht Perfekt Und jetzt sind wir noch schneller Bisschen schneller Aber doch Ich merke den Unterschied Auf jeden Fall Das Ding ist Bringt es hier was Ich weiß nicht genau Ein bisschen auf jeden Fall schon Aber die Magneten Der Magnet braucht mehr Speed Dann lohnt sich das sogar noch mehr Lassen wir mal Eier öffnen Ähm Wie gesagt Das coole ist Wir können nebenbei weiterlaufen Und Magneten Und sowas aufmachen Magma Beds Nicht schlecht Die könnte gut sein Der Grund wieso ich das machen will Ist Weil ich die gerne mal Ähm Fusionieren wollen würde Wir brauchen ein bestimmtes Tierchen Du warst es nicht Aber hey Wenn wir das viermal bekommen Ist auch okay So machen wir mal weiter Leute Lass mal sehen Hallo Öffne das doch Oh Wir können hier was holen Doppelt so viele Münze Wahrscheinlich oder so Okay So Let's go Komm schon Ja Wir haben es Wir haben es Lass mal sehen Ob es jetzt funktioniert Vier Dämonen Vier Dämonen Wir haben Oh na du bist der Falsche Hier Boom Evolve Oh Oh Okay Ich sehe dich Equip best Let's go Alter Ist sogar ziemlich stark Unnormal Bruder Aber ich muss sagen Jetzt wird es schneller gehen Zieh das mal rein Sell coins Eins Okay Eins nur mal drei Billionen Erst Sieben Billionen Wow Das Das machen wir in dieser Folge Auf jeden Fall noch auf Hundertprozentig sogar Ich werde mal mehr Tierchen holen Ich muss sagen Dreimal mehr Tierchen holen Würde sich tatsächlich schon lohnen Aber ich habe ein bisschen Angst Dass es genauso sein wird Wie bei dem Bei dem einen Simulator Den wir gespielt haben Bei dem Clicker Simulator Wo zum Schluss war es nur noch Pay to win Also da waren Zahlen Die man braucht Um weiterzukommen Die waren Irgendwie echt funny sogar Okay haben wir genug Tierchen Jetzt warte mal Ähm Wir haben dich Dreimal Und dich haben wir nur Zwei Mal haben wir dich Okay Equip best Hm Okay der ist sehr gut Wenn wir ihn öfter bekommen Geht die Party ab Mal weiter Mit dem Tierchen öffnen Ich glaube der ist Ziemlich selten auf jeden Fall So weiter geht's Gott die müssen nicht überall Sogar hier sie Münzen An jeder Stelle haben sie Münze platziert Und nochmal Du weiter können wir dich nicht kombinieren jetzt Haben wir nicht vier jetzt davon Ne immer noch drei Schade Okay Es könnte jetzt einer dauern auf jeden Fall Aber wenn wir Tierchen wollen Sollte schneller gehen Oh haben wir vier davon Ich glaube ja oder Von irgendwie müssen wir jetzt vier haben Ja haben wir So Bam 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 Ups Äh du bist der Falsche Bam Nicht schlecht Divine Hm sehr schön Können wir die Alter Wir können die auch nochmal verbessern Ich glaube das geht sogar Krass Das wäre crazy Können wir die auch nochmal verbessern Okay das ist wie viel Geld bekommen wir Zwei Billionen Wir brauchen aber sieben Billionen Warte wir sollten ich glaube Jetzt genug haben Ich mach mal ganz kurz Ähm Magnetshop Upgrade könnten wir tun Aber wir wollen kaufen Lass mal sehen Wir haben Dann den hier Fünf Billionen kostet der Ach so Ja gut Das ist natürlich was anderes Oh Speed Nur einmal Wie Ah doch ich hab's dreimal Okay ich dachte schon Sehr schön Wir haben genug Geld dafür Also jetzt geht's halt noch schneller Wahrscheinlich Ne So Einmal noch Speed erhöht Jetzt haben wir die Speed von Magneten erhöht Lass mal sehen Ob das einen Unterschied macht Von jetzt Oh ja Ja Krass Er kann jetzt noch mehr Und schneller Das ist natürlich sehr geil Also Jetzt sollten wir tatsächlich Das noch einfacher bekommen Ich glaube sogar Dass dieser Magnet Besser ist Als wenn ich Wenn wir Wenn wir jetzt einen neuen holen Ungeupgradet Ich glaube da ist es besser Also ich glaube Upgraden lohnt sich schon Vor allem ab diesem Zeitpunkt Wenn es anfängt Langsamer zu gehen Als normalerweise Eins kurze Billionen Ja okay Das ist also Sieben kurze Billionen Wird dann nicht allzu lange dauern Ich gehe mal von Zehn bis 15 Minuten aus Was okay ist Aber Er will mir traden Was hat er mir zu bieten Das ist die Frage Trillionen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Bitte Bitte Oh mein Gott Oh mein Gott Thank Thank you Oh mein Gott Also ich sag mal so Wenn jemand von euch Ähm Enorm weit bei dem Spiel ist Ja das meine ich glaube ich immer Wenn jemand enorm weit bei dem Spiel ist Equipest Oh mein Gott I've got a better pet Oh mein Gott Oh mein Gott Dank Oh Oh mein Gott Oh mein Gott Also wenn jemand weiter ist Im Spiel Kann er mir seinen Discord Namen reinschreiben Ich lade ihn ein Und er kann mir Wenn er will Seine krassesten Tierchen Schicken Wir kommen jetzt zu Welt 2 Wir haben es in dieser Folge geschafft Oh mein Gott Oh mein Gott Ich glaub's da nicht Leute Ich glaub's da nicht Das ist crazy Dieses Gefühl ist aber immer so geil Ne Weil man auf einmal so viel O-pair wird Warte Wir holen erst mal Magneten Ich bleib einfach noch Sprachlos gerade Wie viel haben wir denn Wir haben QD Wer kommt denn QD 3 QD Hier kommt QD Oh mein Gott Equipped Wir haben den Oh mein Gott Krass Krass Upgrade Speed Krass Oh mein Hä Okay Ist QD Weniger Stilion What Ich bin halt geschockt Leute Wir müssen Nicht mal das Tierchen Hier holen Es gibt coole Tierchen Aber müssen wir nicht Wir können aber weitergehen Jetzt tue es mal rein Ja Wow Nächste Welt Oh mein Gott Wie weit kommen wir jetzt Das ist die Frage Hier können wir Tierchen Evolven Lass mal kurz sehen Was es hier gibt Einfach nur um zu sehen Was es geben könnte Okay Also ja das können wir Bei jedem Spiel machen Leute Es gibt bestimmt Ein oder zwei von euch Die so richtig weit sind Da kann ich hier Robux ersparen Und ihr könnt Mir helfen Also ihr habt eigentlich Kein Vorteil davon Aber ich hoffe Ihr macht es trotzdem Trillionen brauchen wir dafür Was ist das hier Nix Hier gibt es ein Geister Ei Krass Geistertierchen Okay Und nochmal Leute Gehen wir weiter Ja Frostland Lass mal sehen wie weit Wir kommen werden Ein QD Ah hier fängt es an Krass zu werden Im Frostland Hier fängt es an Krass zu werden Leute Weil wie gesagt Hier wird es crazy Lass mal sehen Was hier gibt Was für Tierchen Das hier gibt Hier gibt es Frosttierchen Echt cool Also ist natürlich krass Aber ich meine Hey Ich meine ich werde Das natürlich annehmen Das Angebot Oh hier kommen wir Dann nicht weiter Okay Hier kommen wir dann Tatsächlich nicht mehr weiter Dann müssen wir Wieder Geld sparen Okay Aber es macht So macht es Spaß Leute Also hey Ihr könnt mir Wenn ihr soweit seid Könnt ihr mir Einen Discord Namen In die Kommentare schreiben Und ich werde euch Anschreiben Und einladen Oder so Das wäre natürlich Ziemlich geil Ich meine Ihr müsst mir nicht Eure besten Tierchen Dann geben Aber vielleicht Die Tierchen Die ihr nicht mehr nutzt Die quasi irgendwas Mit einer ganz anderen Zahl haben Ja das wäre Auf jeden Fall ziemlich cool Also ja Für mehr davon Lass es rum da Abonnieren Kostos Aktiviert locker Und ich sehe dich Im nächsten Mal wieder Bye Bye